Rangstufe der Märtyrer und die Opferung auf dem Wege Allahs. Alles Lob gebührt der Allah, der Welt in dem in seiner Erwürdigungsschrift sagt, und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot, nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Ich bezeuge, dass es keinen Guddah außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Das Gesetz Allahs des Majestäten erfordert, dass Allah von seinen Anbetendienenden diejenigen auserwählt, die er will, indem er ihre Rangstufen erhöht, ihnen gegenüber großzügig ist und ihnen von seinen Barmherzigkeiten und Gaben verleiht. Zweifelsohne ist der Märtyrer die höchste Rangstufe der Auserwählung, die Allah der Erhabene einem Anbetendienenden verleiht. Der Gepriesene sagt, wer Allah dem Gesandten und dem Gesandten gehört, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Richtschaffenden zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat, welche gute Gefährten jene sind. Er sagt weiter, damit Allah diejenigen, die glauben, kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Allah der Erhabene zeichnet dem Märtyrer zahlreiche Vollzüge aus, wie etwa die Ehre ihres Rangstufen, beziehungsweise ihrer Stufe und ihre großartige Belohnung. Der Erhabene sagt, und die Zeugen von ihrem Herrn, sie erhalten ihren Lohn und ihr Licht. So wie großartig ist diese Ehre und wie groß ist dieser Lohn und wie ihnen das Licht vorauseilt. Masrug, Allah erbarme sich seiner, sagte, diese Rangstufe ist nur für die Märtyrer. Was auch die Großartigkeit dieser Ehre und Rangstufe beweist, dass der Prophet Allah, sich nie und schink ihm wohl ergehen, nach dem Märtyrer-Tod auf Allas Weg strebte, um sich diese Höhe Rangstufe zu erfreuen. Der Gesandte Allah, Allah, sich nie und schink ihm wohl ergehen, sagte, bei dem in dessen Hand meine Seele liegt, ich wünsche mir, dass ich auf Allas Weg getötet, dann wiederbelebt, dann getötet, dann wiederbelebt werde. Dies belegt die Großartigkeit der Belohnung, die Allah, der Majestät für die Märtyrer, bereitstellt, wie zum Beispiel die Märtyrer sind bei ihrem Herrn lebendig und werden versorgt. Ein Leben ist aber unserem Leben nicht ähnlich. Vielmehr übertrifft das Begreifen der Menschen. Darüber hinaus bleiben die Märtyrer im Geständnis der Oma lebendig und lebt ihre Erinnerung im Laufe der Zeiten und Jahre. Der Erhabene sagt, und sagt nicht von denen, die auf Allas Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber er nehmt es nicht wahr. Jabri ibn Abdullah, möge Allah ihnen bei den Wohlgefallen finden, sagte, der Gesandte Allah, Allah, sich nie und schink ihm wohl ergehen. Er ging bei mir vorbei und sagte mir, O Jabir, warum siehst du so niedergeschlagen aus? Ich sagte, O Allas Gesandte, mein Vater ist als Märtyrer getötet und hat hinter ihm Kinder und Schuld hinterlassen. Der Prophet sagte, würde ich dir eine frohe Botschaft über den Ausgang deines Vaters mitteilen? Ich sagte, Ja, O Gesandte Allahs. Er sagte, Allah spricht zu keinem menschlichen Wesen zu, es sei denn hinter einem Vorhang. Allah machte deinen Vater, deinem Vater, aber wieder lebendig und sprach zu ihm direkt, das heißt ohne Vermittler oder Vorhang, indem er sagte, O mein anbetenden Diener, wünsche dir einen Wunsch und ich lasse es verwirklicht werden. Da sagte dein Vater, O mein Herr, mach mich wieder lebendig, auf dass ich auf deinem Weg nochmal getötet werde. Der Majestät sagte, ich habe es vorbestimmt, dass sie in diesseits zurückkehren. Dann wird dieser Koranvers geoffenbart. Und mein ja nicht, diejenigen, die auf Allas Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Zu den Fürzügen gehört auch, was der Prophet Allah segne ihn und schenke ihn wohl ergehen. Von den Großartigsten gaben Allas des Majestäten für die Märtyrer kündigte, in dem der Prophet sagte, der Märtyrer erhält von Allah sechs Verzügen, nämlich er wird bei seinem ersten Blutschwal vorgegeben. Er sieht seinen Platz im Paradies, er wird vor der Grabenwahl gerettet, er wird vor dem größten Schrecken geschützt, er zieht sich den Glauben an, er verheiratet sich mit Hures. Mit größen, schönen Augen und er hat für Sprache für siebzig Personen seiner Verwandten. Der Gesandte Allah, Allah segne ihn und schenke ihn wohl ergehen, sagte auch, bei dem in dieser Hand meine Seele liegt, kommt jeder, der auf Allas Weg getötet wird. Und Allah weiß es am besten, wer auf seinem Weg getötet wird, am Tag der Auferstehung, während seine Farbe, wie das Blut und sein Geruch, wie der Muschus ist. Wir betonen hier also, dass diese großartige Rangstufe, die Allah, der Majestät, für die Märtyrer bereitstellte, nur der wahre Märtyrer erhält. Denn es gibt einen wahren Märtyrer, es gibt aber auch Tote des Unwahren. Der wahre Märtyrer ist derjenige, der seine Heimat gegen jeden Überfallenden verteilt und seine Seele dafür ausgibt, um auf Allas Weg das Land zu schützen und die Bürger zu hüten, denn die Heimat und die Menschenwürde sind in derselben Rangstufe der Seele, der Religion und des Vermögens. Sie gehören also zu den allgemeinen Hauptzielen der Scharia, auf deren Bewahren unsere Religion betont. Der Gesandte, Allahs, Allahs, Segen, Jungen, Schenken, Wohlergehen, sagte, wer wird während Verteidigung seines Vermögens getötet, ist Märtyrer. Und wer wird während Verteidigung seiner Familie, seines Bluts oder seiner Religion getötet, ist Märtyrer. Ein Mann kam zum Gesandten, Allahs, Allahs, Segen, Jungen, Schenken, Wohlergehen, und sagte, O Allahs Gesandte, wie verhalte ich mich, wenn ein Mann zu mir kommt und sich mein Vermögen aneignen möchte. Er erwiderte, gib ihm dein Vermögen nicht. Da sagte der Mann, wie wäre es, wenn er mich bekämpft. Der Prophet erwiderte, bekämpfe ihn. Da fragte der Mann, wie würde es denn sein, wenn er mich tötet. Da beantwortete der Prophet, in diesem Falle bist du Märtyrer. Dann fragte der Mann weiter, wie wäre es, wenn ich ihn töte. Der Prophet sagte, er geht dann ins Höllenfeuer. Was aber den Toten des Unwahren betrifft, der das Blut und schuldige Menschen vergießt, die Bürger des Heimatlands erschreckt, deren Sicherheit bedroht, Korruption und Chaos im Land zu verbreiten versucht, und die sicheren Menschen durch Selbstmordaktionen und terroristische Bombenantaten terrorisiert, die weder von der Religion anerkannt noch von einem Geist angenommen werden, werden nicht als Märtyrer angesehen. Und was das betrifft, dass man ihn als Märtyrer bezeichnet, ist falsche Behauptung und die Verzehrung des Wortes über seine Positionen. Es ist nicht verborgen, dass eine der Bepflichtungen eines Muslims darin besteht, seinem Land loyal und liebvoll zu sein und ihn mit all seinen Worten und Taten zu schützen und zu verteidigen und dass die Liebe der Heimat zum Glauben gehört, sowie dass dies durch den islamischen Glauben und die Sunna unterstützt wird. Vielmehr sind darüber die Inhaber der gesunden Veranlagung und des richtigen Verstandes einig. Das ägyptische Fatwa-Amt hat viele Fatwas herausgegeben, die solche Taten als terroristisch bezeichnen und dass es sich um eine Form des selben Mords handelt, die eine der größten Sünden bei Allah darstellt. Denn wer dies tut, ist unwissend und unterstellt sich selbst im Tod. Der Gebriesene sagt und tötet euch nicht selbst gegenseitig. Unser Prophet Allah segne ihn und schenke ihn wohl ergehen, sagte, wer sich selbst mit einem Eisenstück tötet, der geht ins Hohlenfeuer, während das Eisenstück in seinem Bauch liegt und bleibt im Hohlenfeuer ewig. Imam Nawawi gliedert für diesen Hadith ein Kapitel in seiner Erklärung für Sahih-Muslim mit dem Titel »Das schwere Verbot des selben Mords«, sowie »Wer sich selbst mit etwas tötet, der wird damit im Hohlenfeuer gequält.« Solche Menschen betrifft das Worte des Erhabenen »Soll denn derjenige, dem sein Böses tun, ausgeschmückt wird und der, der es dann für schön befindet.« Wir bestätigen hier, dass diejenigen, die solche selben Mordtaten durchführen, die extremen Richtungen mit deren Meinungen folgen, die die Gesellschaft für ungläubig und das Blut der Bürger für erlaubt halten, die Verwendung von Mitteln zum Bomben, zur Zerstörung, zum Vandalismus, zum Mord und zum Selbstmord ist von der Scharia her verboten und es besteht darin keine Meinungsverschiedenheit, dass dies alles gegen die Bestimmungen der Scharia verstößt, die vorschreibt, dass die Seele, die Heimat und das Vermögen bewahrt werden müssen, sowie dass die Zerstörung des Menschen durch sich selbst, die Verlust seiner Seele oder der Angriff auf das Leben der anderen Menschen und die Verderbnis auf der Erde sind von der Scharia her verboten. Der Gesandte Allah, Allah segne ihm, wo er gehen sagte, man ist immer noch im Rahmen seiner Religion, sofern man kein verbotenes Blut gegossen hat. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Brüder im Islam, um die größten Ziele zu erreichen und die großen Zwecke in diesem Leben zu erhalten, sind Opfer erforderlich, die den Zielen der Ehre und dem Adel der Ziele angemessen sind und auf der Spitze der Opfer kommt selbst und Geist auf Opferung auf dem Wege Allahs zur Verteidigung des Heimatlandes, dessen Ehre und Würde. Wenn wir an den Tag des Mörtyrers erinnern, erinnern wir uns auch an diejenigen, deren Geister zu Allah aufgestiegen sind und sein Wohlgefallen gewonnen haben, nämlich die Helden der Streitkräfte und Polizei, aber auch die anderen ehrenhaften Patrioten, die sich mit den Kräften gegen den Terrorismus und das Übel kämpfen. Diese Mörtyrer sind die wahren Mörtyrer und es gibt gewaltigen Unterschied zwischen der Wahrheit und der Behauptung, denn diese Helden sind diejenigen, die den Geist der Würde, Ritterlichkeit, des Stolz und der Anständigkeit wiederbelebt und Ägypten ihren Rang und ihren Respekt bewahrt haben. Die Beschützer des Heimatlands machen sich immer noch dem brutalen schwarzen Terrorismus und den geehrten und erinnernden Takfirgruppen gegenüber und wir sind sicher und zuversichtlich, dass Allah, der Erhabene, ihnen den Sieg verleiht. Wir wünschen uns den Mörtyrer-Tod auf dem Wege Allahs und der Heimat. Warum nicht? Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihn, wo ergehen sagte, wer Allah wahrhaftig um den Mörtyrer-Tod bittet, den lässt Allah die Rangstufe der Mörtyrer erfreuen, selbst wenn er in seinem Bett stirbt. In dieser Phase unserer lieben Heimat ist es unsere Beflecht, das Land vor jedem Feind zu schützen und zu verteidigen und seine Sicherheit und Stabilität zu gefährden, sowie alles zu tun, um den Aufbau beziehungsweise den Wiederaufbau fortzusetzen. Unsere Religion ist die Kunst des produzierenden Lebens, nicht die Industrie des Todes. und die Religion des Aufbaus beziehungsweise Wiederaufbaus und Nicht-Korruption oder Vandalismus. So müssen wir uns zusammenschließen, um jeden abzuschrecken, der sich verleiten lässt, gegen unser Heimatland drei zu sein, das von verschiedenen Plänen umgeben ist, die erzählen, Ägypten, seine Heimat und sein Volk zu zerstören. Die aufrichtigen Söhne Ägyptens stehen aber vor ihnen und geben ihr Leben, Blut und Geld aus, um das Land zu verteidigen und zu schützen. Ihr Leben, ihr Blut und ihr Eigentum zur Verteidigung und zum Schutz ihres Lands, denn Ägypten, ist der Schild des Arabismus und das Herz und das Herz des Islam. Demnach ist die Verteidigung Ägyptens eine schariatische Beflecht und ein religiöses Recht. Wenn Ägypten besiegt wird, bedeutet das, den Islam zu schädigen und die Muslime in den übrigen Ländern zu schwächen. So lasst uns alle zusammenstehen, um es vor dem Verderbnis, vor der Arglist und vor dem Hass zu verteidigen. O Allah, verleihe uns die Ehre des Märtyrer-Tods auf deinem Wege und lass uns zu dienen, zu deinen aufrichtigen, anbetten Dienenden gehören und schütze unser Länder vor jedem Übel. Und Allah weiß es am besten.